so dass ich jetzt aufnehmen oh man wisst ihr was ne ich frage es ich hab noch überlegt aber ich lass es das Waffenarbener das haben wir ja im letzten Part schon gesehen da bin ich ja gestorben das hat mich so geärgert ich wollte jetzt direkt weiter da machen aber ich musste ne kleine Pause anlegen von ungefähr 5 Minuten ja tut mir leid wir haben jetzt 5 nach 10 der Part geht jetzt ungefähr bis halb 11 ok halb 11 dann und dann überlege ich mache ich es weiter oder höre ich auf oder spiele ich die Spiele heute durch oder gucke ich nachher wechseln auf dem Max um 1 Uhr oder so keine Ahnung wann es anfängt jetzt kann ich wieder näher an den Cap 7 einkommen äh es kommt schon im Internet ja kam da wieder hin ich hoffe ich es macht es jetzt besser als beim letzten Mal jetzt mal ziemlich blöd gelaufen jetzt mal ziemlich blöd gelaufen wir wollen jetzt mal wieder verfahren jetzt wollen wir uns auch nicht mehr ansehen weiter wir wollen hin auf dem wird sich geile waffen Hier ist der nicht Ey, nicht schon wieder Wo kam der jetzt her? Ich muss da einen besseren Plan haben Das gibt's doch nicht Mann 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 Das ist nicht wahr Langsam nervt Scheiß Mission Warum? Die Mission macht mich schon durcheinander ey So, da parken Muss ja schon der Waffenfarbe nach Puh Puh Buh Puh du kriegst dich so schnell nicht auf deinem Auto wohl das fährt noch bin ich eigentlich mal verhaftet worden seit ich das Let's Play mal ich glaub nicht, oder? ich weiß es nicht müsste ich mal die Parts angucken aber ich kann meine eigene Stimme nicht hören es gibt aber bestimmt viele Leute, die können bestimmt einfach mal eine Kommentare fragen, wirklich weil ich sehe, wer seine eigene Stimme hören kann und wer nicht ja ich weiß, dass der Radisch angerufen hat, also Schnauze so und jetzt bleibe ich hier stehen, warte mal, das Auto fahre ich mal weg ist der Panther offen? schade das ist nicht wahr ja nein 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 ich glaube schon die Parts werden müssen aber halt wieder 2-Way machen wir nicht nur ein Trimper oder Fettas wollen? Keine Ahnung ich glaube schon zum Strip ja zum, warte mal vierten mal drin oder vierten mal da fahrt so ein 10 Minuten schon wieder vorbei und fahrt wieder links auf die Reihe, kriegt der fuhl fuhl der Kuh war ja so cool für das Auto echt cool Auto hat was ein anderer natürlich musst du abbiegen, oder? da Bräuchtschönig angucken Die sind hier! Lock and load! You're a brave man, eh? Good food! You want the chainsaw, Gringo? There's no problem to kill you! You won't, big man! You're gonna be sorry! Cuckoo! I wish I could run. We're getting a pistol in our attic. Is there another one? There's another one! Of course, the armor comes from me. If I've teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just grab by and take what you need from the lockers. Leave the cache under the bench. Now get out of here! I'll handle the cops. So, wait. I'm going to fill out GTA Voice City, because I don't know. Haaa, nice. Can I take him with me? No, unfortunately not. Okay guys, let's start packing. Ah, okay. Wait a minute. Is there a few times if I want to go there? What the hell is that? Yeah! My panzer is gone. Fuck. Is there any panzer on the panzer? Or... That's what I'm interested in. Just go far enough. Go away! Dude! What's that cost? One of the weapons to fill. Both behind us? What's that cost? You don't get it, you don't get it, you don't get it. That's crazy. I don't know if I can do that. I don't know if I can do that. This car is always here. This car is always here. 5.000. All right, come on. Come on. Ah, the 1.000 is completely. Here. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Ahm... Den Lendro ab hier mit... Ich gucke gleich mal... Und dann würd ich nochmal rüberfahren auf die andere Indule mit Downward... Das wär's mir wert... Das wär's mir sowas von wert... Ich spart halt erstmal... Und dann nehm ich mal kurz mal drauf... Huch... Genug Munition, ey... Ich würd da gleich mal hinfahren und gucken, ob es den Panther da gibt... Dann würd ich nur nicht mehr mit dem Panda die Garage stellen... Wenn man alles... Danke schön... Wunderbar ist... Ich glaub ein bisschen Geldmangel... Ich hab hier gerät... Ich hab hier gerät... So, und jetzt gucke ich, ob da so ein Scheiß-Panda steht. Ich war nur schon mal hier mit dem Problem. Aber es wird uns sowas von Hilfe in Fortland, wenn da so ein Scheiß-Panda stehen würde. Weil dann die können die Mafia uns nicht mehr tun. Und dann hat die Mafia keine Chance mehr gegen uns. Das ist genau wie hier, da schieben die auch so. Ganz halt auf uns. Mit dem Panda passiert das dann mehr. Ich hoffe, dass da ein Panda steht. Und, 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 warum steht hier kein Panda? Was mache ich verastet? Was gibt's da denn? Da hat kein Panda steht. Okay, dann weiß ich, ich wollte nochmal spalten und beende den Part. Vielleicht mal aber die Telefon-Motion am nächsten Tag. Weiß ich noch nicht. Da steht noch ein Stern. Ich hoffe, euch gefällt das hier alles, so wie ich das mache. Komm, schleicht es. Auch noch mal Speise hin. Und wir enden das ganze Video. Danke für die Zusehen, Leute. Ja, das war's. Und, wenn wir mal ein paar Minuten, die impresionante Zeitigen gehen. Das war's. Arsch. Na, Bettina.